Das Wasser dient als Elektronendonator. In zwei Lichtreaktionen, erster und zweiter durch eine Elektronendonator. Ich bin eine Wasserratte immer schon gewesen. Oh, Marcel. Marcel. So hieß er ja, heißt es. Marcel. Marcel. Das ist ja ein Name. Ja. Schön, von einer stillen Schönheit. Ja. Marcel. Marcel. Ja. Ja. Das trumpft nicht auf, das leuchtet still von innen her. Marcel, ein Lockenschwung. Der Systeme folgt wie geringere Lieferung eines Äquivalents und am Ende reduzierte Effizienz des Einbauprozesses garantiert ein Regulativ die Versorgung der beiden Systeme. An der Kamelie bin ich gescheitert. Kann man schon mit mir in Peru? Wenn man will. Es liegt am Meer. Es ist das ganze Land im Grunde genommen ja ein breiter Küstenstreifen und im Inneren gibt es Berge. Also wird er schwimmen? Wer? Herr Tobleu. Ja, das kann sein. Schwimmt er gern? Ich glaube, ja. Ich bin eine Wasserratte immer schon gewesen. Oh, Marcel. Marcel. So hieß er ja. Jetzt geht es auch wieder von vorne los. Ja, scheiße. Ja. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Vielen Dank.